Hi Leute, mein Name ist Max Minjan und... ne, scheiße, stopp. Hi Leute, das Jahr neigt sich dem Ende zu, unser Bike to Work Summer auch. Und hier neben mir habe ich die gute Saskia. Die hat nämlich für uns einmal den Lostopf geschwungen. Aus unseren 150 Teilnehmern, die insgesamt 5100 Stempel gesammelt haben, habe ich dir drei Gewinner und einen Sonderpreis gezogen. Sehr schön, danke sehr. Dann werden wir uns jetzt mal auf den Weg machen und gucken, wer die glücklichen Gewinner sind. Wie kommst du eigentlich immer so zur Arbeit? Äh, Fahrrad? Natürlich mit Fahrrad, sogar heute. Mit Auto? Mit Fahrrad, also jeden Tag. Warte mal, warum wir denn hier sind. Keine Ahnung. Ich könnte mir vorstellen, dass ich ein bisschen viel Fahrrad gefahren bin. Hab ich gewonnen? Ja, du hast gewonnen. Jaha! Du hast nämlich den glücklichen dritten Platz beim Bike to Work Summer Challenge gemacht dieses Jahr. Ja, super. Dankeschön. Dankeschön. Ja, du hast den zweiten Platz bei unserer Challenge gemacht. Zweiter Platz. Du hast nämlich den ersten Platz beim Bike to Work Summer gemacht dieses Jahr. Herzlichen Glückwunsch. Dankeschön. Da hab ich nicht mit gerechnet. Tatsächlich bin ich alle drei Monate tatsächlich durchgefahren. Und mit dieser reifen Leistung wollen wir dich natürlich auch bescheren und haben dafür einmal den Sonderpreis für dich. Stopp! Regime muss umdrehen. Wir müssen einmal den hier nehmen. Okay. Nimmst du das, kannst du gerne jetzt direkt aufmachen und reingucken, wenn du willst. Mach ich. Super. Danke. Ey, cool. Super. Damit du nie wieder einen Platten hast. Machst du auch nächstes Jahr wieder mit? Natürlich. Ich würde so ein ganzes Jahr fahren. Ja, hab ich fest vor. Ich bin auf jeden Fall dabei. Ich fahr immer mit Fahrrad. Ja, sicher. Das wollen wir hören. Und damit gebe ich zurück ins Studio. Wolltest du jetzt schon filmen? Nee. Film also schon. Klar. Ja. What? Tore.